Herr Netzer, Sie haben ja schon in frühen Zeiten ein Gefühl dafür gehabt, wie man mit Fußball Geld verdient und wie man auch querdenken kann, um etwas Geld zu verdienen. Das ging ja so weit, dass Sie auch bekannte Spieler sogar den Trainer in ihre eigene Diskothek eingeladen hatten, damals in Lovers Lane. Haben Sie immer schon ein Gefühl dafür gehabt, wie man Sport vermarkten muss? Also ich weiß nicht, ob das eine Sportvermarktung war, hat eigentlich nur dazu gedient, meine leeren Kasten etwas aufzufüllen, weil eben Mönchengladbach als Verein mich nicht bezahlen konnte in dem Maßen, wie Beckenbauer, Müller, Meier hier bezahlt wurden. Das habe ich versucht zu kompensieren und deswegen ist es tatsächlich auch eine Diskothek gewesen. Sie sagten, eigentlich fehlen uns heute so in der Gesellschaft, egal ob es Sport ist oder Politik, eigentlich fehlen uns Charakterköpfe, Leute mit Ecken und Kanten, die für etwas stehen, Dinge vorantreiben. Was glauben Sie, was die Gründe sind dafür? Wir haben ja immer mehr Mainstream. Das ist so. Ich bin ausgegangen davon, dass ich gesagt habe, das ist kein typisches Fußballproblem, dass wir arm sind an Persönlichkeiten, dass wir arm sind an Stars, die für etwas stehen, die sie verantwortlich machen. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Das gibt es nicht mehr in der Gesellschaft der heutigen Zeit in diesem Maße, wie wir es erlebt haben. Die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt und der Sport hat sich auch weiterentwickelt. Und die Spieler der heutigen Zeit, die empfinden das nicht so, weil das natürlich verbunden ist, auch mit Schwierigkeiten, wenn man sich etwas stark macht, dann muss das nicht unbedingt gut sein. Und das ist gang und gäbe ein solches Verhalten. Nachhaltig bedauere ich es ein wenig und frauere eigentlich den Zeiten nach, wo es diese Leute gaben mit Ecken und Kanten, die auch mal Dinge gemacht haben, die nicht in der Reihe waren. So, die letzte Frage zum Schluss, wer wird Deutscher Meister in München? Ja, das kann ich ruhigen, gewissens ohne mich zu verbiegen, kann ich das beantworten. Das denke ich, dass es der FC Bayern wird, weil sie haben eine so großartige Mannschaft beisammen und vor allen Dingen so einen ausgewählten Kader, einen breiteren Kader als in anderen Jahren. Dazu kommt ein großartiger Trainer, der, je länger er hier ist, immer stärker wird, immer stärkeren Einfluss auf die Mannschaft nimmt und deswegen glaube ich an den FC Bayern. Gut. Vielen Dank. Toll, dass Sie da waren. Hat richtig Spaß gemacht. Mir auch. Super. Haben Sie gesehen. Hat. Hat.